Ja, wieso Gladbach? Zuerst einmal kann ich den Borussia-Weg zu 100% mit meinen Gedanken vereinbaren. Ich habe eine ähnliche Sichtweise, wie der Fussball aussehen soll, den wir spielen wollen. Natürlich auch die handelnden Personen, wie gesagt, die Gespräche mit den Verantwortlichen, mit Roland, haben mir gezeigt, dass hier eine offene, transparente Kommunikation herrscht, dass man die Situation sehr realistisch auch einschätzt und ich das Gefühl hatte, dass diesen Weg, gemeinsam zu gehen, die richtige Entscheidung für mich sein sollte. Wir tun gut daran, Schritt für Schritt zu gehen. Natürlich sind wir alle immer maximal ambitioniert und alle Klubs, alle Trainer wünschen sich, international zu spielen, ganz klar. Aber ich glaube, dass das für den heutigen Tag, für die momentane Situation, wo wir stehen, noch kein Thema sein darf. Also grundsätzlich ist es so, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben mit Borussia Mönchengladbach im letzten Jahr, wir sind davon überzeugt, dass es der richtige Weg war und auch ist. Und bei Gerardo ist es so, dass er für sehr organisierten, strukturierten, aber auch variablen Fußball steht. Und in den Gesprächen war es so, dass er uns auch mit seiner Persönlichkeit überzeugt hat. Und wir glauben, dass Gerardo damit passend ist für Borussia Mönchengladbach.